Was ist das für ein Projekt? Ich habe mir gedacht, kann man auch anderen Leuten mal was darüber erzählen. Wikipedia-Auszug, was man sich eben an der Stelle feststellen muss, es geht eben bei DNSSEC um die Authentifizierung von DNS-Daten. Also es ist Krypto, aber es macht keinerlei Verschlüsselung. Es macht keinerlei Verfügbarkeit oder eben Verschlüsselung, sondern es ist einzig und allein eine Methode, um die Integrität, also die Unverändertheit von den Daten sicherzustellen, die eben über das Domain-Name-System laufen. Jetzt kann man sich überlegen, wieso ist das vielleicht ein Problem, wieso will man das überhaupt haben? Und dann schaut man sich an, was so ein typisches Setup ist, wenn ich jetzt mir an meinem Client, an meinem Notebook daheim so eine Domain auflöse. Und das sind halt eine ganze Menge verschiedener Rechner, die da irgendwie unterwegs beteiligt sind. Also ich habe hier meinen Client-Rechner hier unten irgendwo und der verbindet sich erstmal mit dem Router daheim, der Plastik-Box, die für mich irgendwie DNS-Anfragen weitermacht. Und die kommuniziert dann mit meinem Internet-Dienstleister, also die Plastik-Box, die vermutlich geowned ist. Dann geht es an meinen Internet-Dienstleister, dem ich vielleicht vertraue. Und dann geht es danach noch über diverse Stufen. Also es fängt irgendwie in der Zone an, geht dann in die DE-Zone, geht dann weiter und weiter. Und man sieht halt, da ist eine ganze Menge Zwischenschritte eben zwischen ich stelle die Anfrage und das Ergebnis, das ich haben möchte, das bekomme ich dann irgendwann. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich da kryptografisch ein Stückchen weit zumindest eine Garantie habe, dass ich die richtigen Daten bekomme. Genau. Wie funktioniert ganz grundsätzlich dieses Modell von, ich habe ja irgendwie die Root-Zone, da habe ich die DE-Zone irgendwo. Wie wird da sichergestellt, dass die Daten okay sind? Das fängt ganz unten an in der Root-Zone mit so einem Key-Signing-Key. Key-Signing-Keys sind langlebige Keys, die halt dazu da sind, für eine Zone sowas wie eine Zertifizierung zu machen. Und dann gibt es schon den zweiten Schritt, das sind die Zone-Signing-Keys, die sind dazu da, den Inhalt zu signieren. Das ist so ein bisschen die Idee, ich kann den Key-Signing-Key, gerade in der Root-Zone, das ist ja was, keine Ahnung, irgendwo muss ich den ursprünglich mal herbekommen. Deswegen wird der halt mit ausgeliefert, der ist letzten Endes hardcodiert in den DNS-Resolver, den ich verwende. Und deswegen kann ich den nicht so einfach ändern. Und deswegen ist der vielleicht weggesperrt in einem sicheren Hardware-Security-Module oder sonst was. Und dann signiere ich da ab und wann mal einen neuen Zone-Signing-Key und der ist halt dann schon verfügbar. Der wird ständig verwendet, wird für jedes Update verwendet. Genau. Und jetzt muss ich ja irgendwo, wenn ich also von der Root-Zone dann in die nächste Zone gehe, zum Beispiel in die DE-Zone, dann muss ich ja den Key-Signing-Key von der nächsten Zone erst einmal wieder bestimmen oder festlegen. Und das passiert dann mit diesen DS-Records. Das sind letzten Endes Fingerprints von dem nächsten Key, also von dem Key-Signing-Key. Und dann habe ich da, den Key kenne ich, für den Key habe ich dann eine Signatur. Mit diesem Key habe ich dann eine Signatur für diesen DS-Record, was ein Fingerprint wiederum von dem nächsten Key ist. Und dieser DS-Record ist halt wie, was weiß ich, hier ein Address-Record zum Beispiel, halt auch ein einfacher Eintrag in der Zone. Wenn ich sage, da signiert, dann gibt es wirklich halt für jeden Eintrag, für jeden normalen Resource-Record, den ich in meiner Zone habe, halt noch einen Signatur-Record drin. Da stehen halt auch wieder, also ich habe hier einen Signatur-Record, das signiert einen A-Record mit RSA und Chart 2 oder so. Das ist eine Time-to-Live und dann hier haben wir Zeitstempel. Also so eine Signatur hat eine Gültigkeitsperiode, die von dann bis dann gültig ist. Das hier identifiziert den Key, mit dem die Signatur gemacht wurde und das ist dann nochmal genau der Eintrag. Also das ist ja der SIG-Ecke.de, ist die Zone, die dafür zuständig ist. Also dieser Record liegt in der SIG-Ecke.de-Zone und das da drunten ist halt dann tatsächlich eine Signatur, eine RSA-Signatur in dem Fall. Ja, genau, das ist einfach halt ein Signatur-Paket quasi. Es gibt so ein paar Probleme, wenn ich mir das so anschaue. Jetzt habe ich da irgendwie einen Schlüssel und manchmal möchte man seinen Schlüssel wechseln. Grundsätzlich möchte man halt seinen Schlüssel wechseln, was weiß ich, der ist kompromittiert, der ist nicht mehr zeitgemäß, sonst was. Das ist auch ein bisschen die Idee, ich möchte vielleicht kleinere Schlüssel verwenden, die ich dann irgendwie nicht ewig habe, aber die halt besser in so ein DNS, in so ein UDP-Paket oder sonst was reinpassen, ohne dass mir das Ganze von der Größe explodiert. Und wenn ich dann halt, was weiß ich, nur einen 1,5K RSA-Key habe, der ist halt nicht auf Dauer gut, sag ich mal. Und dann regelmäßig halt durchrotieren. Plus, wenn ich halt so einen Key habe, der nicht ewig gilt, dann machen sich auch so Sachen wie Revocation einfach. Also ich muss mich nicht mehr manuell darum kümmern, dass dieser Key seine Gültigkeit verliert, weil der ist eh nur im begrenzten Zeitraum aktiv und danach ist er eh weg. Das klingt jetzt ganz einfach, naja, ändern wir halt den Key. Signieren alles neu und gut. Das Problem ist, das ist ein DNS gar nicht so einfach. Und das liegt ganz einfach daran, dass DNS an ganz, ganz vielen Stellen Caching erlaubt. Und wenn ich dann den Key auswechsel und dann Signaturen mit dem neuen Key habe, aber der Client noch den alten Key sieht und noch nicht den neuen Key findet, weil in dem Cache ist halt der alte Key vorhanden, der Mittelknoten schaut dann nicht nach einem neuen Key, weil er hat ja noch einen gültigen Cache-Eintrag. Und dann kann ich aber die Signaturen von meinen neuen Ergebnissen nicht mehr verifizieren. Sprechend gibt es da letzten Endes zwei Methoden. Ich veröffentliche den neuen Schlüssel schon mal, warte dann, keine Ahnung, einen halben Tag und danach fange ich erst an, mit dem neuen Schlüssel zu signieren. Bis zu dem Zeitpunkt, der alte Schlüssel ist weiterhin in der Zone vorhanden, ist weiterhin aktiv, sind halt dann mal zwei Schlüssel da. Signiere dann noch eine Weile mit dem alten Schlüssel, bis ich mir sicher bin, dass in jedem Cache der neue Schlüssel auch schon vorhanden ist. Und dann kann ich eben umstellen. Genau. Oder ich tue halt, quasi alles doppelt signieren. Und dann brauche ich halt den alten Key, dann veröffentliche ich einen Schlüssel, aber Signaturen auch mit dem alten Schlüssel noch weiterhin. Dann kann der Mensch, der in dem Cache noch den alten Schlüssel hat, die Signaturen weiterhin verifizieren, bekommt aber nur den neuen Schlüssel. So. Das Ganze ist jetzt ganz nett und wir haben eine Möglichkeit geschaffen, wie wir mit einer Signatur verifizieren können, dass das, was ich als Nameserver zurückgehe, die richtige Antwort ist. Es gibt ein Problem, es interessiert mich vielleicht auch, nicht nur, ich habe hier eine Antwort bekommen und das ist die richtige, sondern der Nameserver sagt mir, diese Domain existiert nicht. Und ich möchte mir vielleicht sicher sein, hm, das existiert diese Domain wirklich nicht oder hat da irgendjemand zwischendurch beschlossen, die verschwinden zu lassen. Und was so ein bisschen das Problem ist, ich könnte natürlich jetzt für jede Domain, die nicht existiert, da eine Signatur ablegen, dass diese Domain nicht existiert. Aber die Anzahl der nicht existierenden Domains ist das ein bisschen groß und entsprechend ist das nicht so praktisch. Und die Idee sind sogenannte NSEC-Records. Die Idee dahinter ist, man bildet einen Kreis mit allen vorhandenen Einträgen. Das sieht dann so aus. So, man hat hier jetzt in dieser Zone hat man irgendwie sechs Einträge und man bildet da alphabetisch geordnet so einen Kreis von Einträgen, die tatsächlich vorhanden sind. Und wenn ich jetzt nachschaue, ob in dieser Zone der Eintrag Null vorhanden ist, dann müsste der ja hier in diesem Kreis zwischen hier Keyserver und WOT liegen. Und jetzt habe ich aber einen NSEC-Record, der mir sagt zum Keyserver, der nächste existierende Eintrag in der Zone ist hier dieses Wort. Und dann schaue ich nach Null, liegt alphabetisch da dazwischen und ich habe aber die signierte Aussage, dass dazwischen nichts ist. Und nachdem ich weiß, sicher, dass dazwischen eben keinerlei weitere Einträge existieren, heißt das, dass ich jetzt eine signierte, verifizierbare Antwort habe, dass eben dieses Null nicht existiert. Ja, weil sonst würde der NSEC-Record eben von Keyserver dann eben Null heißen. Genau. Und wenn der Nameserver jetzt sagt, dieser Eintrag existiert nicht, dann liefert er eben auch noch diesen Beweis mit, dass der eben sagt, in diesem Intervall, dass eben den Eintrag, der nicht existiert, umschließt, gibt es eben keinen weiteren Eintrag. Das Ganze hat einen lustigen Seiteneffekt, mit der hier irgendwie mit Zonewalking beschrieben ist. Nachdem ich für so einen negativen Eintrag halt die Antwort bekomme, zwischen diesen zwei Punkten existiert nichts, kann ich mich da Schritt für Schritt einmal rumbewegen und mir alle Einträge auflisten, die in der Zone tatsächlich existieren. da kann man jetzt sagen, das ist mir egal, habe ich kein Problem damit. Oder man sagt, naja, ist irgendwie unpraktisch, möchte ich eigentlich nicht haben. Und was macht man da? Und, naja, quasi, es gibt eine Lösung dazu. Es heißt NSEC3 dann, funktioniert quasi genauso. Nur, dass man eben, bevor man diesen Ring an Einträgen bildet, erstmal so eine kryptografische Streusel, also so ein Hash halt drüber wirft. und man kennt das Bild und dann baut man da einmal Hash drauf. Das ist leider unten abgeschnitten. 16 zu 9 ist da nicht so praktisch. Und dann stellt man halt fest, er hat hier irgendwie diesen Eintrag Backup. Da macht man dann Hash drüber und bekommt dann ein NQ8C, was auch immer. Und bildet dann tatsächlich diesen Ring über diese Hash-Werte. Man merkt auch, hier geht es von B nach A nach K. Also, alphabetisch ist das nicht mehr in den ursprünglichen Werten, sondern halt alphabetisch sortiert nach diesen Hash-Werten. Ansonsten funktioniert es natürlich genauso. Ich rechne halt den Hash von dem nicht existierenden Eintrag aus und, ja, falsche Richtung, so rum, kann dann auch sagen, hier, dann müsste das, dieser Eintrag, dieses Null, das nicht existiert, müsste ja den Hash haben, Q, F, N, A und so weiter. Und das würde da dazwischen liegen. Und nachdem ich hier wieder den signierten Beweis habe, dass da dazwischen eben nichts existiert, weiß ich, dass der Eintrag Null nicht existieren kann. Genau, da gibt es noch ein bisschen Parameter dazu. Man kann sich ja raussuchen, was man eigentlich jetzt gern für einen Hash hätte. Man kann sich überlegen, kennt man ja von so Passwort-Hashing-Sachen vielleicht nicht eine Runde hashen, sondern 150. Dann möchte man vielleicht noch irgendwie ein Salt, dass man nicht vorberechnete Rainbow-Tables verwenden kann. Lauter so Sachen. Deswegen, NSEC3-Param, da stehen all diese Informationen drin. Also, was habe ich für einen Hash-Algorithmus verwendet? Wie viele Runden habe ich das Ganze gemacht? Was ist das Salz für den Vorgang? Und so weiter. Man sieht hier, ich habe hier irgendwie, was ist das, Char-One mit fünf Runden. Das klingt jetzt nicht so unglaublich viel. Das hat aber seine Gründe. Da komme ich später nochmal zu. Genau, aber es ist halt mit Salz, man muss halt trotzdem irgendwie, trotzdem ganz schön komplex, letzten Endes so, um sich das für, ich möchte da mir eine Auflistung haben, das ist trotzdem eine ganze Menge Arbeit, da irgendwie entsprechend drückwärts zu berechnen nach Wortliste oder sonst wie auch immer ich das machen würde, um mir dann meine Einträge aufzulisten. Also, das ist vielleicht einfach gut genug. Es klingt einfach vielleicht, dieses ganze MSEC, es kommt ein weiteres Problem dazu. Es ist vielleicht trivial, in der DE-Zone zu zeigen, dass der Eintrag www.sickeg.de nicht existiert. Wieso? Weil in der DE-Zone existiert der nicht. Also habe ich in der DE-Zone die signierte Aussage, da existiert kein Eintrag. Aber der Eintrag existiert natürlich, halt nicht in der DE-Zone, sondern in der SIC-Egge DE-Zone. Deswegen muss ich für so eine negative Antwort auch eben zeigen, dass die Zone, in der ich diese Nicht-Existenz zeige, also wenn ich sage, www.sickeg.de existiert nicht und das zeige ich aus der DE-Zone, dann muss ich halt auch zeigen, dass die DE-Zone der richtige Ort für diese Aussage ist. Deswegen kriegt man für so eine negative Antwort tatsächlich drei so NSIC-Einträge. Das eine bezeichnet letzten Endes, in welcher Zone existiert der spezifischste Name-Server-Eintrag dazu. Also in der DE-Zone existiert noch ein Name-Server-Eintrag für sickeg.de. Also ist die DE-Zone nicht die spezifischste Zone, die ich dafür habe, sondern es gibt halt da noch eine spezifischere. Und ich meine, das sehe ich halt ganz eindeutig. Ich kann halt nachweisen, in der DE-Zone muss ich halt dann nachweisen, dass da auch kein Name-Server-Eintrag für sickeg.de existiert, wenn ich beweisen will, dass durch die DE-Zone www.sickeg.de nicht existiert. Genau. Effektiv. Kürzest nicht mehr existente Oper-Domäne. Genau, das ist halt dann die Stelle, wo es nicht mehr existiert. Also wenn ich in der DE-Zone die Lücke zeigen will, dann zeige ich halt, dass kein NS-Rekord für, wie ist denn das gedacht? Aber ja, ich denke, das Konzept ist glaube ich trotzdem klar, auch wenn auf der Folie irgendwie Blubber steht. Das bestimmt ergibt das Sinn und irgendwie nach dem Vortrag kann ich euch erklären, wie das gedacht ist, aber genau. Und dann ist eben, da stehen drei, das sind schon mal zwei, die ich nicht mehr gerade mit auf die Reihe komme, wie das aufgeteilt ist. Und der letzte ist halt Wildcard-Eintrag. Genau, das kürzeste nicht mehr, genau, wenn ich irgendwie, na, der Punkt hier ist, die kürzeste nicht mehr existierende Anfrage, das heißt, wenn SIG-Ecke.de nicht existiert und WWW-SIG-Ecke.de nicht existiert, dann nehme ich den kürzesten Eintrag, der nicht mehr existiert, also das SIG-Ecke.de. Das ist der erste Punkt. Dann hier, hier der Beweis, hier eben der Beweis, dass da ein NS-Rekord nicht, dass ich der spezifischste Eintrag mit einem NS-Rekord bin und dann unten für die Wildcard-Domenz. So rum war das. Ja, hier sieht man so ein bisschen, wie so Records aussehen. Sind halt dann Hash, nochmal Hash und dazwischen halt nichts mit den entsprechenden NSEC-Parametern. Genau, jetzt habe ich mir mein DNS schön signiert und habe hoffentlich positive und negative Antworten, auf die ich mich verlassen kann. das möchte ich damit vielleicht noch mehr machen, als ich habe da irgendwie einen Address-Rekord und der ist vielleicht genau die richtige IP-Adresse dafür. Und die Idee ist, wer hat jetzt irgendwie so ein Name-System? DNS sagt ja irgendwie erstmal Domain-Name-System, da kann ich ja irgendwie erstmal beliebige Sachen reinschreiben und dann schreibe ich da halt Sachen rein, die ich sonst noch zu meiner Domain sagen möchte, die halt dann auch über das DNS-System signiert sind. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Also ich kann irgendwie SSL-Zertifikate über mein DNS authentifizieren. Ich kann SSH-Fingerprints in mein DNS reinschreiben. Ich kann PGP-Schlüssel reinschreiben. und der Nutzer, der jetzt dann eine Anfrage stellt, der kriegt dann eine sichere, eine zuverlässige Antwort für was für ein SSL-Zertifikat er da erwarten muss, wenn er sich auf diese Domain verbindet. Und genau, es sieht halt für RTLS-Zertifikate so aus und da gibt es halt irgendwie 443 ist ein Web-Server. Der hat hier ein Zertifikat und hier ein Fingerprint dazu. Und dann ist das im DNS eben authentifiziert. Spaß gibt es wieder beim Schlüsselaustausch. Wenn ich jetzt ein neues Zertifikat auf meinem Web-Server anschalte und der User, der Client, hat noch einen alten Eintrag von diesem TLSR-Record, dann stellt er fest, ich habe hier ein Zertifikat und ich habe hier ein Fingerprint und die passen nicht zusammen, das ist ein Fehler. Und dann Fehlermeldung, was weiß ich, funktioniert nicht, der Mail-Server stellt die Mail nicht zu. Das ist ein bisschen blöd. Entsprechend muss man sich halt hier auch wieder Gedanken machen und im Zweifel zuerst den neuen Fingerprint ins DNS schreiben. Also man kann ja mehrere also man kann mehrere Records für den Web-Server auf der Domain gleichzeitig im DNS haben und die sind halt dann alle gültig und dann warte ich, bis jeder Cache entweder nichts dazu hat oder halt den neuen Eintrag auch und dann kann ich erst mein Zertifikat umstellen. Das ist halt jedes Mal mit so ein bisschen Warten verbunden. Ja? Also die Frage war, ob die Browser wissen, dass da mehrere Zertifikate gefunden werden können. Die Antwort ist erst einmal Browser ist eher so das Thema, wo es wenig Verwendung findet, also kein Browser verifiziert das. Es gibt Plugins, die das tun. Spannender sind die drüber und drunter. Mail-Server tun das mittlerweile relativ viel. Also so ein Postfax tut das ganz gerne mal verifizieren und der weiß auch, dass da mehrere verschiedene Zertifikate hinterlegt sein können. Das gleiche für den Java-Server. Da funktioniert das eher als bei dem Web-Server und die kommen tatsächlich auch damit klar, dass da mehrere Keys drinstehen. Ja? Funktioniert das nur mit DNS-Sack? Also wenn ich das machen möchte, für vor 25, für 23, für 25, kannst du hinterlegen, wie ist das auch diese Zertifikate oder wie ist das auch ohne? Grundsätzlich kannst du das auch ohne machen. Die Frage war, geht das auch ohne DNS-Sack? Und die Antwort ist grundsätzlich ja. Die Frage ist halt, wie viel verlässt du dich dann darauf, dass das, was in dem DNS steht, richtig ist? Du hast irgendwie die eine Seite, du kriegst ein Zertifikat von dem Mail-Server, du kriegst irgendwie einen anderen Fingerprint aus deinem DNS. Du weißt, bei beiden hast du irgendwo keine kryptografische Signatur, dass es richtig ist im schlimmsten Fall. Was machst du dann? Kannst du vielleicht sagen, es ist nicht das Gleiche? Ich sag mal, es ist irgendwie ein Fehler schon mal. Aber wer das eine fälschen kann, kann vielleicht auch das andere fälschen. Also es wird natürlich deutlich nützlicher, wenn ich da Signaturen in meinem DNS habe, als wenn ich da nur das Zertifikat hinterlege. Ich glaube einfach, dass die meisten Implementierungen die TLSA-Einträge ignorieren, wenn die Zone nicht DNS-Sack ist. Das kommt auch wieder. Also Postfax ist einer von den Implementierungen, die tatsächlich sehr gut TLSA überprüft als Mail-Server und da kannst du auch konfigurieren, was er mit nicht signierten TLSA-Records machen soll. So, da stehen da noch magische Zahlen dahinter. In dem Fall sage ich einfach, das bezieht sich auf ein Service-Zertifikat. Also ich kann da auch CA-Zertifikate damit in mein DNS schreiben. Wenn ich sagen möchte, ich weiß nicht genau, was dafür aufgelistet wird, was das Zertifikat genau ist, das da ausgeliefert wird, aber ich weiß, welche CA das ist, dann kann ich das auch reinschreiben. In dem Fall ist es tatsächlich das Zertifikat, das der Server verwendet. Das nächste Bit, ich bezeichne eben nicht das Zertifikat eigentlich, sondern den Schlüssel, den das verwendet. Sau praktisch, man kennt ja mittlerweile diese Let's Encrypt und sonst was, Leute, die alle, was nicht alle 30 Tage oder so ein neues Zertifikat, möchte ich nicht mein DNS vielleicht ändern, aber den Key kann ich ja behalten, der ist erstmal eine Weile gut und dann kann ich einerseits mir neue Zertifikate holen, ohne dass das DNS dadurch ungültig wird, wenn ich da halt den Public Key reinschreibe, die Prüfung von dem Public Key statt die Prüfungssumme von dem Zertifikat und dann kann ich mir noch raussuchen, was ich für so eine Prüfung eigentlich haben will. Also ich kann da SHA-1 machen, ich kann SHA-256 machen, ich kann auch den ganzen Key reinschreiben, wenn ich da Lust dazu habe, das wird dann halt wieder ein großer Rekord und das Zertifikat und die Keys bekommt man ja auch über die TLS-Verbindung schon mal und dann ist es vielleicht unnötig. Genau. Viel besser supported sind andere wieder Crypto-Keys und halt SSH-Fingerprints und da kann ich tatsächlich für meine Hosts so eine ganze Latte von Prüfungen von meinem SSH-Fingerprint hinterlegen. Wieso so viele für einen SSH-Service? Also das ist tatsächlich ein SSH-Server und die Sache ist halt, ich kann zu einem SSH-Server verschiedene Keytypen konfigurieren, ich kann da DSA machen, ich kann da RSA machen, ich kann da AddDSA machen, sonst was und ich kann halt an zweiter Stelle SHA-1, SHA-2 mir raussuchen, was ich eigentlich jetzt gerne habe. Es reicht natürlich, wenn ich da einen Teil davon reinschreibe, also ich brauche halt keinen SHA-1-Key in mein DNS schicken, wenn ich den SHA-2-Key habe. Zumindest das OpenSSH kann eben all die Typen verifizieren und dann ist auch gut, wenn da ein Hash-Typ in meinem DNS steht, aber ich kann es mir halt raussuchen. jetzt haben wir gesehen, wie vielleicht die Verifizierung von so einer Signatur sowohl positiv als auch negativ funktioniert. Wir haben gesehen, was man damit sonst noch alles signieren kann. Jetzt müssen wir das auch nochmal machen und das allererste, was man merkt, wir brauchen einen Name-Server, der sich ein bisschen damit auskennt, der eben die Zone ausliefert, weil der muss zwei Sachen machen, der muss eben Signaturen mitliefern, wenn er eine positive Antwort rausgibt und er muss halt auch die NSEC-Records mitliefern und Signaturen könnte man vielleicht noch so bauen, dass der Client halt nachdem er irgendwie die Antwort bekommen hat, noch nach der passenden Signatur fragt und dann gibt der Name-Server noch die passende Signatur, aber das NSEC beschreibt ja einen Intervall, der den einen Eintrag, den ich eigentlich wissen will, überlappt und der Client kann ja nicht wissen, was ist der Eintrag davor, der existiert, wenn er eine negative Antwort bekommt, das heißt, der Name-Server muss da tatsächlich aktiv ausrechnen, was ist der richtige NSEC-Record und muss den mitliefern und wir haben ja gesehen, es ist nicht ein NSEC-Record, sondern es sind eigentlich genau drei Rekords, das heißt, jeder Name-Server, der die Zone ausliefert, muss erst einmal sich klar sein, dass er irgendwie da DNS-Hack macht und die richtigen zusätzlichen Rekords mitliefert, dann muss ich irgendwo die Signaturen in die Zone bekommen, wie auch immer ich das mache, das heißt, ich muss die Signatur-Records erstellen, ich muss die NSEC-Records erstellen und dann möchte ich vielleicht auch ein bisschen Unterstützung für, ich tausche da mal meine Schlüssel aus und tue dann vorübergehend zwei Schlüssel mit rein und dann neuen Schlüssel und sonst was und das ist halt praktisch, wenn mir da mein Tooling schon ein Stückchen weit Unterstützung bietet. Und dann habe ich noch ein drittes Problem, ich habe da irgendwie meine Domäne und die ist schön signiert, aber ich muss irgendwo diesen DS-Record in die darüberliegende Zone bekommen, damit halt der Pfad sicher ist, also ich kann halt meine SICK-EGDE-Zone schön signieren, aber was ich ja eigentlich will, ist, dass der Client, der halt für die Root-Zone den Key kennt, dann auch nachvollziehen kann, dass das mit dem richtigen Key für meine Zone signiert ist und dann muss ich das eben in die, was weiß ich, in die Top-Level-Domain halt die entsprechenden Records bekommen und das muss ich irgendwo an meinem Domain-Registrar im Zweifel vorbei bekommen. Das ist ein bisschen haarig, das ist halt die neue heiße Technologie, braucht niemand, ist viel zu kompliziert, sonst was, muss man das Web-Interface umbauen, sonst was. Es gibt ein paar wenige, da geht das einfach und man kann das klicken, das ist saubequem. Viele sind mittlerweile so weit, ich schicke denen dann eine Mail an deren Support-System und dann gibt es da ein Support-Ticket und dann macht das der Techniker vielleicht irgendwann mal. Genau, und dann gibt es halt noch die dritte Gruppe, die sagt, nee, mach mal nicht, komm vielleicht mal. Ja, genau, also man muss irgendwie an dem Registrar vorbeikommen und das kann verschieden knifflig sein. erst mal die gute Sache in Sachen Name-Server ist, jeder oder alle großen gängigen Name-Server können erst mal den ESSEC-Antworten korrekt ausliefern, das ist schon eine Weile so quasi, also auch wenn das System nicht mit der ganz frischen Software läuft, funktioniert, so alles, was man im Zweifel haben möchte an Name-Server, kann es halt. so ein bisschen die Sache an der Stelle ist, wenn ich DNS mache, dann ein Name-Server ist im Zweifel nicht genug, für die DE-Zone muss ich mehrere haben, deswegen gibt es irgendwie so Secondary-DNS und das kann ich mir im Internet kostenlos klicken, bei verschiedenen Anbietern, allerdings ohne DNS-Sec. Das liegt ein bisschen dran, dass die Antworten einfach größer sind, also man muss viel mehr Daten ausliefern als Secondary-DNS-Anbieter, kostet einen natürlich den Anbieter mehr, ist er vielleicht nicht mehr so gewillt, das kostenlos zu machen und er muss eben rechnen. Also ich habe bei diesem NSEC gesagt, das sind irgendwie bei mir jetzt fünf Runden Schar irgendwas, wenn ich da 100 reinschreibe und er bekommt irgendwie eine Anfrage rein und möchte da eine negative Antwort zu liefern, dann muss er da erstmal 100 Runden Schar ausrechnen, weiß dann, was der Hash-Wert davon ist und muss danach noch den richtigen NSEC-Rekord finden. Das ist halt deutlich mehr Rechenaufwand, als ich suche mir da den Rekord und gut ist und liefere den aus. Gibt es ein paar Möglichkeiten, ein guter Registrar verkauft dir die Domäne, der kriegt schon Geld von dir, der sagt vielleicht, ich habe hier auch einen Sekundären Nameserver, der irgendwie nicht so restriktiv ist wie das, was ich kostenlos im Internet finde. Man kann das mehrere Nameserver selber betreiben oder man findet ein paar Freunde, die auch den SSEC aufsetzen wollen und dann hat irgendwie jeder ein und das ist auch schön und gut. Signaturwerkzeuge Um die Signaturen in die Zone zu bekommen, gibt es letztendlich zwei grundlegende Möglichkeiten. Ich habe da meinen primären Nameserver, wo ich die Einträge in die Zone schreibe und der kümmert sich auch einfach um die Signatur von dem Zeug und alles ist gut. Ich brauche keinerlei weiteren Werkzeuge, wenn ich ein Bind habe und da NS-Update mache, dann hat der Bind ja eh die Keys alle und kann es im Betrieb mit signieren. Macht die Sache natürlich einfach. Was habe ich an Nachteilen? Ich habe mein Schlüsselmaterial in dem Server, der im Netzwerk läuft und man ist halt sehr an die eine Software, die den Nameserver macht, gebunden. Es gibt dann so separate Signaturwerkzeuge, man kann sich da selber was mit Cron bauen, wenn man da Lust zu hat. Dann gibt es DNSSEC Tools, vielleicht immer noch, hoffentlich ist es gestorben oder so. Das war sehr haarig von, es hat da eine Perl-Abhängigkeit an eine andere Perl-Abhängigkeit und wenn es nicht genau die gleiche meiner Revision war, dann lief es nicht oder so. Dann gibt es OpenDNSSEC, das ist an sich halbwegs okay, das ist halt relativ Enterprise-lastig, die Konfiguration in XML, muss man mögen, kann aber dann so Sachen wie HSM und sonst was für, wenn man damit mal basteln will. Genau, das ist halt auch ein weiteres Element, das kaputt gehen kann. Und wenn man hier schon sieht, weiteres Element, das kaputt gehen kann, ich habe vielleicht meinen Mail-Server, der keine Mails mehr bekommt, wenn die Signaturen schlecht sind, ist halt auch alles was, wo ich vielleicht mal wieder Monitoring haben möchte, dass die Signaturen, die ich dann in meinem DNS verteile, positiv und korrekt sind. Vor allem die Signaturen selber laufen ab, die müssen regelmäßig frisch gemacht werden, wenn ich das vergesse, dann sagt der Name-Server für jede Anfrage, die einen Client schickt, das ist ungültig, das ist vielleicht nicht so praktisch, möchte ich mitbekommen, möchte ich Monitoring haben tatsächlich. Genau, das war jetzt einmal so der Durchlauf, den ESSEC, genau. Fragen gab es vorher eine Menge, jetzt sind schon alle glücklich. die Frage, die ich so habe, es kam ja raus, irgendwie muss ja der Delegation-Signer zum Registrar, das klang jetzt so, wie du schreibst eine Mail, wenn man da jetzt so ein bisschen was mit Kunden zu tun hat und mehrere Domains für Kunden hat und die würden jetzt gerne endlich mal TLSR und Dane machen, du machst den Eindruck, das würde nicht so richtig skalieren, also so mal eben zwölf Millionen Domains signieren, wird schwierig, oder? Wenn du zwölf Millionen Domains hast, dann hast du vermutlich eine API-Schnittstelle zu deinem Registrar und kriegst das nicht von Hand und dann musst du halt, hoffentlich ist der Registrar auch bereit für dich zu sagen, er hat zwölf Millionen Domains, der hätte gerne DNS-Sign, da biete ich das mit an. Es gibt ja auch Registrare, die das letzten Endes ohne, ich mache da ein Support-Ticket auf, mir erlauben da diese Domain-Signer, diese Delegation-Signer zu aktualisieren. Also die... sind halt nicht alle und die ganz billigen sind im Zweifel halt nicht dabei. Also die Situation ist, die wir gerade haben, tatsächlich, dass das ein bisschen noch in der Entwicklung ist, die Schnittstelle zum Registrar, der Registrar auch gerne üben möchte mit uns. Aber eine Anmerkung wäre dann noch, Power-DNS ist nicht ganz so kompliziert da ans Laufen zu bringen. Der hat da die ganzen Tools fertig, da sagt man einfach generiere für eine Zone einen neuen Key, dann kann man sich entscheiden, ob es Pre-Signed sein soll oder live signiert und dann steht das auch in der Datenbank, dann kann man das rausschieben an beliebig viele weitere Primäre. Habe ich geschrieben, dass es schwierig ist, hoffentlich nicht. Das liest sich da so, dass Bind Not Power-DNS Nachteile. Ja, man ist halt irgendwie an das gebunden, was der Nameserver anbietet, aber funktionieren tun die erstmal alle einfach und relativ unkompliziert. Also dem Bind sage ich halt, ich möchte gerne diesen Key haben, der kann begrenzt nur Key rotieren, kann Bind nur begrenzt. Ansonsten funktioniert das ganz einfach, Power-DNS kenne ich mich nicht so aus, Not ist ein super Nameserver, der das alles problemlos kann, gerade Not 2, das ist halt auch ein Nameserver, der quasi neu ist und der ein bisschen mit dem Hintergedanken geschrieben wurde, dass es eben dieses DNS-Sack schon gibt. Also bei Power-DNS, da sagt man, mach bitte für eine Zone und danach kümmert sich man sich nicht mehr drum, bis man das Schlüsselmaterial verlegt hat und Neues reinwerfen muss. Ja, Not ist auch in der Kategorie, es funktioniert einfach, muss man einfach anmachen und dann geht's. Wie ist das denn aktuell mit den Resolvern? Ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich mir das mal angeschaut, da war es so, da haben die Clients dem rekursiven Nameserver noch vertrauen müssen. Ist das mittlerweile mal in die Betriebssysteme gewandert, dass die selber DNS-Sack überprüfen? Also die Lösung, die ein Stückchen weit implementiert ist, sind letzten Endes nochmal ein Caching, ein Nameserver in Anführungszeichen auf dem Client. Also ich habe da halt dann für meine Libc-Resolver eben Localhost konfiguriert und da läuft dann ein DNS-Mask oder ein Unbound dazwischen und der überprüft die Signaturen für mich. Dass das Ganze irgendwie vielleicht in der Libc besser aufgehoben wäre, aber da gibt es halt eine Menge Probleme. Dann musst du jetzt irgendwie Krypto-Bibliotheken in deine Libc reinlinken, finden Leute uncool oder du baust dir halt NSC-Style was. Ja, aber die Lösung ist momentan, man hat halt dann nochmal einen Cache oder der halt primär für die Verifizierung da ist, auf Localhost laufen und dann muss ich halt Localhost vertrauen meinem eigenen Rechner. Was ich eh muss und komme so drum rum, dass ich irgendwie dem Nameshauer, mit dem ich von meiner Libc ausrede irgendwie vertrauen muss. Wie ist das bei diesem anderen Betriebssystem? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Es gab, wenn ich das richtig erinnere zumindest zu Anfang zusätzliche Möglichkeiten einen Lookup zu machen für den DS-Key außerhalb der eigentlichen Parenzone. Existieren diese Möglichkeiten eigentlich noch? Da gab es diesen LV-Irgendwas-Service, keine Ahnung, erinnere ich mich nicht mehr. Ich bin nämlich leider auch bei so einem Registrar, der sich sträubt und ich suche nach Möglichkeiten. Also dieses DLV ist erstens im Client-Support, viele haben diesen zusätzlichen Side-Lookup eben nicht an dem Client und dann bringt ihr das wenig und die ISC stellt den Service so langsam ein. Das glaube ich mittlerweile schon drüber, dass es für Domains, die tatsächlich den SX-Support haben, nicht mehr funktioniert und der nächste Schritt ist, wir schalten es ganz ab. Also momentan funktioniert es zumindest noch für Domains, die, wenn ich die Top-Level-Domain mir kein DNS-Sec anbietet, dann ist das nach wie vor noch eine Möglichkeit, die halt, wie gesagt, begrenzt funktioniert, aber es befindet sich in der Abschaltung, sagen wir so. Danke. Ich meine, mit diesem DLV und Side-Lookup hat man halt auch den Nachteil, dass man jetzt wieder so eine zentrale Autorität hat, während wir hier ja zumindest dann irgendwie der Key von der DE-Zone kann dann nur wieder DE-Domains signieren und so ein bisschen zumindest eine Einschränkung hat, was so ein Key, wenn er mal kompromittiert ist, anrichten kann. Wenn ich dann wieder irgendwie zentrale DLV-Lookup habe, dann verliere ich das ein bisschen. Nochmal? Wie monitorst du deine Zone, dass alles auch noch ist? Da gibt es halt so Monitoring-Plugins. Ich habe da zwei Plugins letzten Endes selber ein bisschen was gebaut, weil das Ruby, dass es da irgendwie auf den einschlägigen Quellen gab, nicht so toll war und das funktioniert jetzt relativ gut, also man kann halt erstens für seine TLS Seiten, für alles was TLS macht, wenn man da eh schon Monitoring hat, dass da irgendwie das Zertifikat nicht abgelaufen ist, kann man da auch gleich noch überprüfen, ob da der TLS-A-Record dazu passt und dann halt für die Zone selber so ein bisschen so Basics, also keine Ahnung, ich habe da einen NS-Record für die Zone, der sollte valid signiert sein, wenn das ist, dann ist schon mal nicht alles verkehrt, dann kann ich die N6, selbst N6-3 kann ich ja immer noch einmal im Kreis rumgehen und mir alle Hashes auflisten lassen und schauen, dass der Ring vollständig und okay und signiert ist und dann habe ich da so eine Handvoll Checks und dann ist vielleicht nicht alles überprüft, aber gut genug, dass ich es mitbekomme, wenn was schief geht. Wie ist das mit DNS-Hack im Reverse-DNS? Will man das haben und wie ist da so der Zustand bei einer Vorwort-Zone? Kann ich einfach den Registrar wechseln? Das ist bei rückwärts nicht ganz so einfach. Nicht ganz so einfach, ja. Es gibt es zum Teil Ich habe es vielleicht sogar, boah, kann ich nicht genau sagen. Könnte sein, dass das das 6IP4-6-Tunnel das erlaubt hat an der Stelle. Mein Name ist relativ schwierig, also viele haben da einfach für Reverse-DNS keine Unterstützung für. Andererseits ist es halt, na gut, manchmal ist halt Reverse-DNS auch interessant, dass es sicher wäre oder irgendwie verifiziert. Ist bei Vibe nicht so verbreitet, wie bei Vorwärts und da ist es schon mittlerweile deutlich verbreiteter als früher mal, aber irgendwie noch nicht so die Mehrheit oder so. Und für Reverse ist es gibt es vereinzelt. Müsste, glaube ich, so weit sein, wenn da wie heißt das, wenn die Pools, wo du es halt irgendwie herhast, wenn das irgendwie, wenn du Ripe erstmal hat für ihre Adressbereiche halt die Möglichkeit zu signieren, das heißt, das muss halt derjenige, der von der Ripe den Adressbereich bekommen hat, müsste, wenn er da mitspielt oder wenn man das selber ist, müsste das gehen für Reverse-DNS. Aber da habe ich nicht so den Zugang. Ah, da ist noch mal jemand. Stichwort CDNs. Gibt es da große Bestrebungen seitens der großen CDNs DNS-Tag zu deployen? Oder hast du da Erfahrung? kann ich jetzt nichts explizit zu sagen. Dachte, ich habe was im Kopf, aber weiß vielleicht jemand mehr. Cloudflare ist ja sehr groß dabei. Die haben ja zum Teil auch bei der Standardisierung von DNS-Sec mitgearbeitet. Da finde ich, kann man sich das Setup von denen auch ganz gut abschauen. Also die haben es zumindest implementiert. Ich weiß nicht, wie es bei den großen Akamai, Microsoft Azure oder so ist. Also zumindest Google hat, glaube ich, irgendwann mal einen Post rausgehauen, warum DNS-Sec alles blöd ist und warum sie es lieber selber machen und tralala, also Google mit seinem CDN, was ja quasi von niemandem genutzt wird, verweigert sich DNS-Sec. Vielen Dank, das war's dann. Vielen Dank, das war's dann. Euro-Sun, Ich habe euch da, das war's dann. Hölle erstes. wenn man hier, das war's dann. Hölle erstes. Das war's dann, das war's dann. Vielen Dank.